So, let's go, ladies and gentlemen, hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Dead Space 2. Oh, wir haben drei Knoten. Uh, drei Knötchen, die wir wieder rumrumsen, dingsen können. Ui, das ist aber nicht cool. Ach, hier haben wir nix. Da haben wir ja gar nix. Hau rein. Ja, schon nicht schlecht. Schon besser. Schon viel besser. So, wunderbar. So, ich fühle mich irgendwie hier nicht wohl. Außerdem fühle ich mich sehr laut. Ich fühle mich laut, ja, ich fühle mich laut. Auf jeden Fall fühle ich, dass ich hier was machen kann. Oh. Lööö. Hä? 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 Aktivieren. Moonrai, Getriebe prüfen. Ah, ja. Ja, und jetzt? Au. Du wett. Ja, das muss ich machen, hey, Leute. Hau. Oh. Yeah. Blick. Ach komm, jetzt, jetzt bleib mal hier kremisch, ne? Okay, gut, wir haben das verstanden. Hey, gehst du? Nö, nö, willst du nicht rausgehen, oder? Nö, haben wir nicht nötig. Nö, wieso denn auch? Dann nehmen wir halt währenddessen, wenn das war. Oh, yeah. Nö, nö, nö. Oh, oh, weee. Stopp, 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 stopp. Irgendwie, ich weiß nicht. Irgendwie fühle ich mir noch nicht wohl. Ach, so. Oh, jetzt passiert was Böses, jetzt passiert was Böses, jetzt passiert was Böses. Nö, doch nicht. Gut. Dann passiert jetzt was Böses. Böses, 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 Böses. Ich hab irgendwie keine... Oh mein Gott. Oh nein, ich fühl mich nicht. Ich fühl mich nicht. Komfortabel. Kann man die abspeichern? Scheiß, ich kann nicht abspeichern. Oh oh. Oh. Los, komm her. Yeah. Oh oh, nicht gut. Nicht gut. Oh. Nicht bist du wahnsinnig. Kommst her, kommst her. So ein Arschloch. Ja super, ich hab null Muni. Null. Nullze. Nullz Muni. Nullz. Ach egal. Vollkommen wurscht. Ich fühl mich heimisch. Yeah. Oh mein Gott. Hier ist irgendwie... Oh mein Gott. Dachtest du, ich würde dir vergeben? Ich hasse diese Frau. Ich hasse sie. Du bist nicht die Toll. Hau ihren runter. Los. Hässliche Frau. Ich muss ja fast kotzen bei der. Bleh. Du bist ein Haufen Kot. Ein Haufen Mumpskot. Hi. Boah. Hey, Sie haben es geschafft. Hahaha. Natürlich. Wieso denn nicht? Was? Oh, okay. Isaac. Wir müssen hier raus. Okay. Ich muss scharf sein. Zack. Niederscharf. Okay. Wohin fahren wir denn jetzt? Wieso kann ich mich... Oh mein Gott. Was? Das kann nicht sein. Das ist die Ishimura. Boah. Ja. Früher der ganze Stolz der CEC. Cross. Eigentlich eine traurige Geschichte. Ich würde die ganze Besatzung wäre gestorben. Bei einem Terroranschlag. Terroranschlag. Bei einem Monsteranschlag. Ein terroristischer Anschlag? Ein terroristischer Anschlag. Herzlich. Die lustige Geschichte. Oh, oh. Ey, Mädel, dein Zöpfen geht durch deinen Kopf. Ich war an Bord, als es passierte. Oh. Was ist los? Ich weiß nicht. Etwas muss geschienen. Boah. Nicht gut. Nicht gut. Wieso muss ich mich eigentlich immer umsehen? Wieso eigentlich nicht immer? Mann. Ich brauche kein Gap. Oh, das ist nicht cool. Oh. Oh, das ist gar nicht gut. Wieso kriege ich... 10.000? Nettes Sümmchen. Nettes Sümmchen. Natürlich spüren wir weiter. Und was steht da? Tempo 73 Grad. Warnung. Flüchtig. Flüchtig. Oh. Oh nein. Och nö. Nö, 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 nö. Nö. Och nö. Kann ich jetzt zurückgehen? Kann ich jetzt zurückgehen? Komm. Nö. Hede. Bärtsch. Och nö. Das ist mit diesem Dino. Diese Dino-ähnlichen Viecher. Ah. Auf die habe ich sowieso keinen Bock. Hackett. Naja, immerhin zum Blöden in die Knoten. Oh, nein. Uh. Oh, das ist schick. Das ist schick. Ja, kommt her. Los, komm. Wo sind die denn? Bitteschön. Oh, oh. Text, Doc. Nein. Don't do the crew. Don't do the crew. Don't do the crew. Bitch. Bitch. Oh, yeah. Oh, oh. Oh, oh. Yes. Oh, oh. Ich will mich heimisch. Oh, oh. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ich hasse euch. Scheiß Viecher. Scheiß Viecher. Was ist gerade da hinter? Oh, da ist noch ein Viech. Ey, ganz ehrlich. Hab ich doch mal Ruhe. Yeah. Hä? Hä? Los. Hä? Zeig dich. Zeig dich. Zeig dich. Oh, oh. Oh. Ja, komm her. Hä? 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 Oh, ja. Hey. Hey. Oh, yes. Nein. Oh, oh. Oh, Gott. Oh, mein 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 Gott. Oh, scheiße. Oh, du, 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 du. Hey, dude. Hey, dude. Hui. Oh, okay. Nee. Weg. Ist weg. Okay, 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 okay. Eindeutig nicht so cool. Hier kommt kein Viech mehr, oder? Nein. Scheint nicht so. Ja, komm, komm, komm. Da hinter mir ist was! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Uuuuh! Komm her! Komm! Oh Gott! Oh Gott! Ich bin so am Arsch! Wieso sind's zwei? Wieso sind's? Oh! Stopp! Stopp! So! Das muss ich jetzt mal sagen! Oh oh! Oh oh! Nicht nachhören! So! Yeah! Gib mir Geld! Money! Money! Makes me! Okay! Cool! So! War das jetzt der Letzte? War das jetzt der... Hat sich nicht so angehört! Hat sich nicht so angehört! Wo muss ich eigentlich hin? Verdammte Hacke! Aha! Oh oh! Oh mein! Oh! 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 Das ist... ...eklig! Komm! Hör das! Wieso? Komm! Sag mal jetzt nicht! Los! Brenne! 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 Yeah! Buh! Da! Fuck! Ey! Das geht mit dir verkehrt! Krankes Scheiß Ding! Oh mein Gott! Es tut gut! Wenn ich Monster kille! Und da war es so ein Ding gewesen! Hättest du mir das nicht sagen können! Du blödes Drecksviech! So! Das muss ich jetzt einfach sagen! Und was ist da ein Ding? Keine Ahnung! Da ist irgendwas! So! Wie viele Dinge habe ich eigentlich? Einen! Cool! Davon habe ich schon wieder viel Knöten! Viel! Oh Gott! Boah! Nicht schon wieder, ey! Ey! perfekt! Oh! Da kommt schon wieder irgendein... ...ekliges Viech! So! Oh oh! Los! Ich brauche dich! Och! Komm! Oh mein Gott! 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 What? Heiliger Scheiß! Ekelig! Ekelig! So! Aha! Ich habe mich nicht von dem erschreckt! Nein! Speicherpunkt! Pär! So! Was können wir denn kaufen? Wir können Energieknötchen... Uh! Die kosten noch 9000! Coole Sache! Verkaufen! Verkaufen! Ich habe schon wieder so viel im Inventar! Verkaufen! Verkaufen! Sicher! So! Wieso habe ich eigentlich 3 von denen? Die brauche ich nicht! So! Ich kaufe am besten 3 Knötchen! Ja! Uh! Ich kann mich sogar noch einkaufen! Nee! Aber ich muss Muni kaufen! Unbedingt Muni! Genau! Muni ist cool! Habe ich jetzt genug Muni? Pfff! Nee! Nee! Eigentlich nicht! Eigentlich nicht! Jo! Ja! Kann man stehen lassen! Leute! Ich habe überhaupt keine Medikits! Fällt mir gerade so auf! Scheißegal! Aber fällt mir gerade so auf! Deswegen gehen wir da... Achso! Die habe ich alle verkauft! Kann ich die aufrüsten? Nein! Ich will den verkaufen! Oh! Verdammt! Oh! Das ist scheiße! Oh! Das sag ich aber leise scheiße! Oh! Das sag ich aber leise scheiße! Ah! Ah! Das werden wir schon schaffen! Ach! Das geht schon! Das geht schon! Ja! Klar! Komm! Vielen Dank fürs Zuschauen! Wenn ihr zwei mit mir dabei seid und dass ihr Spaß habt! Ja! Und dann schafft es schon! Ja! Mein Name ist Len und ich sage für der SP2 für heute auf Wiedersehen! Tschüssi!